Stellt euch mal vor, ihr seid einfach ein Auto in einem Pinball-Game und müsst nach ganz unten kommen. Das spielen wir heute in GTA 5 mit Broxo zusammen. Das wird sehr, sehr wild. Freunde, ihr habt gerne einen Like und auch ein Abo da. Und jetzt viel Spaß. Hey! Broxo, was geht ab? Komm mal hier mit in die Röhre rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was gibt es hier für einen Boost? Okay, heute ist anscheinend wieder Pinball am Start. Anscheinend, oder? Wie sieht das hier aus? Wo geht es hier? Oh Gott. Also, man muss also nach ganz unten kommen, ohne zu explodieren, oder was? Oh mein Gott. Anscheinend schon, oder irgendwo stecken zu bleiben. Ja, es ist gerade schon, ja. Ich komme hier eigentlich ganz gut durch. Hier lang. Ja, ich auch, eigentlich relativ, muss ich sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Deswegen ist es irgendwie slide ich die ganze Zeit so komisch. Ich auch, ich habe irgendwie halb rückwärts, halb vorwärts oder so. Ich auch, ich sehe dich. Oh echt? Okay, sehr gut. Endspot hier jetzt. Oh mein Gott, nein, der ist nicht explodieren. Nicht explodieren, bitte. Oh mein Gott, ja. Ich bin explodiert. Ich habe es. Oh mein Gott, ich habe direkt das neue Auto am Start. Einfach eine Limo. Wie schwer soll das denn damit sein? Oh mein Gott, da kommen wir ja so mit der Limo runter hier. Wer hat denn jemand eine Limo bestellt, oder was? Ja, ja. Oh mein Gott, oh. Okay. Oh mein Gott. Bitte nicht explodieren mit dem Zeich. Okay, also sieht man, wie ich nicht, dass mein Auto explodiert. Oh ja. Jetzt hänge ich fest. Okay, nicht ganz. Oh Gott, oh Gott, mit der Limo bist du ja nur noch am Rutschen. Oh, ich habe dich gesehen. Ey, mein Auto hat gar keinen Grip. Oh mein Gott, du hast auch so einen Getube. Was hast du überhaupt für ein Auto? Ich habe so einen Porsche. Ach so. Okay. Alter, ich rutsche auf dem Rücken und explodiere direkt. Verdammt. Wow. Oh mein Gott, ich sage dir, es ist so schwer mit der Limo hier durchzukommen. Ich schaffe das jetzt mit links. Nein, ich habe es nicht gesehen, dass da so ein Teil war. Oh nein, ja, schieb mich weg, schieb mich weg. Oh Gott. Hängst du fest jetzt? Ja, ich hing fast fest, aber da hat mich dann das Shopstil weggeschoben. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh. Schieb mich, schieb mich, ja, schieb mich, schieb mich. Ey, was passiert hier mit mir? Ehre, Ehre von dir. Danke, danke. Oh ey. Ja. Ja. Warum explodiere ich denn mit, wenn ich vorne ankomme? Ich sage dir, so geht es mir auch die ganze Zeit. Das war voll nervig. Bitte explodier jetzt mal. Ich bin fast explodiert. Nein, ich häng fest, oder? Nein, ich häng nicht fest. Ja, ich bin unten. Ey, Mann. Oh Gott. Nächstes Fahrzeug, sehr schön. Ich lag gerade schon. Oh, okay. Ich muss die Kontrolle behalten. Oh, und so ein VW, so ein Alter. So ein VW Golf. Das ist das Wichtigste. Kontrolle behalten. Boost, Boost, Boost. Alter, das Ding geht ja anders ab. Oh. Bamm. Als ob ich jetzt hier fest hänge. Nee, doch nicht. Das ist meine Sicht so komisch. Ich hoffe, du explodierst und hängst fest. Hey, meine Sicht ist so komisch. ich habe dich da gesehen okay jetzt schön fahren ja oh mein gott das ding ist ja nur am rutschen hier der kleine käfer ich bin runter das links geplatzt und irgendwie so ein pülo oder so hängig fest ich hängig fest was passiert mit mir was machst du denn da passiert hier kasper du musst mir anschwung geben bitte ich komm ich komm ich komm wo bist du denn überhaupt keine ahnung komische sicht und ich kann nicht mehr gas geben rüber ja ich fliege oh mein gott ich fliege vor lang das ist fast bei mir du hast eine anschwung geben bist du rechts links ich sehe dich davor okay warte mal warte mal warte mal erst mal hier ich bin ja auch fertig komm schon kommt ja okay ich hab's ich hab's ich hoffe ich bin frei hier oh mein gott ich bin nur am rutschen da bist du oder wo bist du hilfe bist du denn ich bin direkt quasi vor dem dingen warte mal ich häng fest als ob ich häng fest als ob warte mal komm schon ja ja komm schon ja er hat sich gerafft du musst mir helfen jetzt okay wo bist du geben als wenn du da festhängst also das wären mir ja aber die reifen kaputt sind hilfe tschüss hey tschüss hallo wie dein hack aussieht na gut komm ich helf dir weil ich nett bin weil ich heute einen guten tag habe so nächstes fahrzeug was haben wir oh wieder so ein mini okay damit ist ja easy aus dem weg ja dann versuchen wir mit dem dicken tank da runter zu kommen schwierig erstmal die helft ist abgeflogen wo der mini lässt sich ja gar nicht mehr steuern der fliegt ja nur noch nein das reicht nicht hier rüber über die rampe sehr schön nein ja boost mitgenommen sehr gut ich sehe nix boost mit dem ey nö ja fällst du runter oder was eigentlich fest wichtig wichtig und richtig wichtig und richtig ja okay oh mein gott ich bin so gut durch gerade sehr gut ich hab's geschafft oh mein gott ich bin so gut durchgekommen gerade so ich hole dich auch noch mal ein mit meinem nächsten jetzt nix alter ich hole dich jetzt ein die röhre du musst schon voll lang durch die röhre fahren damit du da hinkommst ich habe das nächste fahrzeug einfach ein formel 1 auto formel 1 auto ich glaube damit bin ich so schnell ich werde jetzt über alles rüber fliegen aus dem weg jetzt hier ich muss mit meinem explotions mobil flieg flieeeeg nein ich häng fest ja du hast mich gerammt und es hat mir doch mal was gegeben ja du hast mich unglaublich herrn mann so jetzt kommt und ich sagte ich glaube ich müsste die strecke raus ja ich habe sie auch so langsam raus so kommen nein jetzt muss ich einfach nur vollgas geben du musst einmal explodieren mehr muss ich mein gott ich habe es geschafft ich bin unten ich bin unten mein formel 1 auto gibt vollgummi das gibt vollgummi nein du glaubst nicht was das nächste ist was denn das sage ich dir nicht aber du glaubst es mir einfach nicht ich sag mal es ist groß und schwer und langsam und nein irgend so ein wasteländer oder sowas nein ein panzer war ja einfach so ein riesiger panzer ist da voll leicht ist vielleicht weil es voll schnell ist er ist ja übel leicht du hast es schon geschafft du hast es schon geschafft ja und ich häng fest ja nein ich häng die 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 und rummi um die kurve sehr schön so kann man die kanon auch irgendwie drehen oder geht das nicht ne man hat die ganze zeit so komische doofesicht ja das ist voll komisch nein ein maum und ich vergegen den ha 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 haben mich haben mich nichts da Ja, hau rein. Och, Mann. Oh, mein Gott, ich seh nix. Es ist so blöd. Wenn du einmal wogegenfährst, kannst du nicht mal mehr was machen. Ich komm ganz gut durch, gerade. Und jetzt diesmal nicht nach hinten, nicht nach ganz hinten. Ach, schon wieder nach ganz hinten. Wo fliege ich hin? Ja. Ich seh gar nichts. Ja. Ich seh gar nichts. Ja. Wo fliege ich hin? Ich hab's geschafft. Oh, nein, hast du's echt geschafft? Ja, ich bin in der Hürde. Oh, mein Gott, Mann. Ach, Kaspar. Selber schuld. Oh, ich komm aber grad erstaunlich gut durch. Weil ich einfach auf dem Rücken... Ich komm erstaunlich gut durch. Alter. Alter, ich bin so krass schon durchgekommen, Lord. Ja, ich hoffe, du darfst auch unten stecken, wie ich eben. Nein. Jetzt nicht unten. Ey, du glaubst nicht, dass das nächste Fahrzeug ist. Was ist... Du willst mich doch echt veräppeln jetzt. Noch ein Panzer. Du willst mich doch echt veräppeln. Hängst du gerade fest? Ja. Ey, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Selber schuld, sag ich da nur. Oder? Digga, ich hab keinen Bock mehr. Selber schuld. Ich häng jetzt hier einfach fest einen Meter vorm Ziel da unten. Selber schuld. Ich wär fast easy durchgekommen. Guck mal hier, wie perfekt ich den durchpasse. Aber was macht der? Digga, gib mir mal einen Anschwung kurz. Hau rein. Also, Digga, ich hasse wirklich... Ich hasse die Panzer. Oh, ich häng doch safe. Guck mal, ich muss gar nicht mehr was machen. Ich häng doch gleich safe, call schon wieder irgendwo fest. Ja, ja. Solange ich mich noch bewege, ist ja immer alles gut. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Oh Gott, dieser Bus. Rutsche ich noch? Fahre ich noch? Ey, dieser Bus. Ey, ich kann mit dem Panzer nicht mehr was sehen, weil ich einfach nur auf dem Rücken bin die ganze Zeit. Ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott. Ey, häng ich hier schon fest? Oh mein Gott, so viel Speed. Oh mein Gott, so viel Speed. Ja, und er rutscht mich. Ich rutsche in die Röhre. Oh Gott, er gönnt mir. Er gönnt mir richtig. Mein Bus hängt doch nicht fest. Er gönnt. Er hat mir so gegönnt, Alter. Wow. Ich bin genau in die Röhre reingerutscht. Reingeflogen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, du hängst da gleich unten fest und kommst nicht einen Meter mehr weit. Ich drück die Daumen dafür sogar. Oh. Oh. Oh, jetzt schön gerade halten hier. Der lässt sich gar nicht kontrollieren. Ja, du hast mich nicht gegönnt. Nein. Und rum. Sehr schön. Bitte nicht. Oh, das war noch mal knapp da. Bitte nicht. Ich bin direkt davor. Ja, häng fest, häng fest, häng fest. Häng fest. Häng fest. Häng fest. Häng fest. Ich bin direkt davor. Ist das nicht deren Ernst? Oh mein Gott, hängst du wirklich fest? Ja. Ich bin wirklich ein Teil davor. Ja, selbst schuld. Das Spiel gönnt. Als ob. Das Spiel gönnt wieder. Als ob. Ja. Machen wir mal frei, bitte. Nein. Wehe, ich komm gegen dich. Wehe, ich komm gegen dich. Wo bist denn du eigentlich? Ich kenne mich, glaube ich, gerade frei. Haha. Nein. Nein. Bitte. So, geht's gang. Brühe mich nur ein bisschen. Nein. Ich häng auch fest. Doch nicht. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja, ciao. Hau mal rein, Digga. Wir sind die Reifen umgeplatzt. Ja. Mach's gut. So, sehr schön. Na, das gefällt mir doch. Ja. Oh mein Gott. Nein. Ich hab's geschafft. Was? Ich bin auf einmal frei gekommen. Hä, wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung. Du hast doch gehackt oder so. Du hängst da doch bombenfest. Jetzt hab ich den Bus. Ja, viel Spaß mit dem Bus. Ich glaub, ich werd mit dem nicht so Probleme haben wie du. Ich hab jetzt. Was ist das denn? Boah. Ich hab ein Lowrider. So, ich will jetzt einfach nur durchrutschen. Einfach nur durchrutschen. Ja. Einfach nur durchrutschen. Ich hab ein Lowrider am Start. Lass mich einfach nur durchrutschen. Hier, schräg. Oh mein Gott. Schräg. Ja, so schon mal liegen. Gar nicht gut. Okay, mit dem kann ich schon mal nicht stecken bleiben, weil das ist ein Lowrider. Hier rüber. Und jetzt. Ja, raffen, raffen. Oh mein Gott. Ich komm. Ah. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Hä? Was? Wie bin ich denn da explodiert? Ich hab gar nichts berührt. Rückwärtsgang mal reinmachen hier. Ja, so. Sehr schön. Hier lang. Sehr gut. So, ja. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Ja, ist hier so ein bisschen. Nein. Komm schon. Kämpf dich durch. Oh mein Gott, ja. Ja, weil's ein Lowrider ist. Oh mein Gott. Weil's ein Lowrider ist. Ja, Mann. Was? Hast du geschafft? Mit den Taktiken hab ich das geschafft. Oh mein Gott. Weggehüpft bin ich. Oh mein Gott. Ich seh hier gar nichts vom Bus. Die Sicht ist einfach nur verkehrt hier. Ja, ja. Guck mal. Ich hab das hier geschafft. Wie ein Sandwich. Wie ein Sandwich. Nein. Und Vollgas. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Und auch nee. Irgendwie muss ich da ja auch durch jetzt hier. Schon wieder diesen doben Partybus. Komm schon. Er will das. Er will das. Ich weiß, dass er es weh. Er will das. Na komm schon. Bitte. Ich kann nicht schon wieder festhängen mit dem blöden Bus. Ich häng schon wieder fest, Mann. So. Und hoch hier. Letztes Auto und das Ziel ist direkt hinter mir. Oh mein Gott, was? Kannst du da reinfahren oder was? Also, Digga, ich hasse den Bus wirklich. Ich häng schon wieder fest. Nee, doch nicht. Doch, ich häng schon. Ach komm, es ist mir egal, ey. Ah, du hast gewonnen. Na gut. Freunde, ich hab leider nicht gewonnen, ey. Ich hab so, ich hab so versucht, die ganze Zeit nach unten zu kommen. Es hat leider nichts gebracht. Der blöde Bus hing die ganze Zeit fest und der Panzer auch. Freunde, wenn es euch auch mal gefallen hat, dann schaut gerne auf den Like und auf den Abband. Wenn es euch auch mal gefallen hat, schaut gerne auf den Like und auf den Abband. Wir sehen uns in den nächsten Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.